Hey Leute, hier ist mal wieder der Basti. Alles klar bei euch? Mir geht soweit gut. Danke der Nachfrage. Naja, heute bin ich ja schon wieder. Ich wollte ja eigentlich nicht so regelmäßig Videos rausbringen, sondern erstmal gediegen anfangen. Aber mir ist den ganzen Tag schon was im Kopf rumgegangen, deswegen hab ich mir jetzt gesagt, ich mach jetzt heute auf jeden Fall noch ein Video, weil ich euch was fragen wollte. Kann von euch einer die Gebärdensprache? Ich kann sie leider nicht. Kann sie von euch einer oder kennt ihr Leute, die die können? Der Hintergrund ist der, ihr euch mal aufgefallen, wenn man den Fernseher anmacht. Du siehst ganz selten mal Sendungen, die durch Gebärdensprache gehörlosen zugänglich gemacht werden. Und ich würde ganz gerne dahingehend ein Zeichen setzen, dass ich während meinen Blogs, während meinen Ausführungen hier oben ein Fenster einblende, wo dann ein Mensch steht, der mein Geschwafel in Gebärdensprache übersetzt, um einfach das, was ich hier erzähle, auch gehörlosen zugänglich zu machen. Ich weiß, momentan ist es noch so, dass ich wahrscheinlich nicht viele Leute dafür interessieren, für das, was ich hier erzähle, aber ich habe ja die Hoffnung, dass ich irgendwann mal Menschen erreichen werde mit dem, was ich hier erzähle. Und von daher fände ich es schade, wenn dann Menschen, die leider dahingehend gehandicapt sind, mir nicht folgen könnten, wenn sie den wollten. Von daher fände ich das voll cool, falls das von euch jemand kann, bzw. falls ihr Menschen kennt, die der Gebärdensprache mächtig sind. Und wenn ihr mein Video teilt, in Kontakt redet mit den Leuten, dann habe ich das einfach, dass ich einfach diese Möglichkeit bekomme, das zu machen. Das würde mich mir sehr wünschen. Ja, dann wünsche ich euch jetzt noch einen schönen Abend. Es ist schon ein bisschen spät hier. Es ist auf jeden Fall dunkel draußen, deswegen auch das künstliche Licht. Aber momentan ist ja eh alles noch nicht so professionell. Wie gesagt, mein blutiger Anfänger, mal gucken, was heraus wird. Wie gesagt, macht's gut. Ciao.